halli hallöchen willkommen herrte geek freunde wir sind natürlich happy wenn ein schuler kommt wenn ein sessler kommt ja und dann sagt der ein oder andere mensch der dies gilt der dies geht super richtig geil können wir gebrauchen ja aber es wird auch in die anrichtung gehen wir müssen auch spieler abgeben ja das ist fakt hertha muss geld generieren und klar da geht einher dass wir auch welche verkaufen das habe ich mal so zum anlass genommen um über marktwert zu sprechen ja marktwert ist wichtig jeder spieler hat ein und der hat sich nämlich auch verändert ja es ist ja mal so dass nach einer saison gibt es immer hoch oder runter und ja ich wollte euch mal auf den neuesten stand bringen was ich so erlesen habe und für interessant befunden habe möchte ich natürlich euch weiter geben da ist vorne an natürlich der maser ja ibrahim maser ibu ja und ja einer unserer gold jungs sage ich mal der kann kicken der talent ja das wissen nicht nur wir sondern der ist immer noch im gespräch beim vfb stuttgart ja das ist jetzt 18 der junge aber er kann es einfach und da habe ich jetzt gelesen dass er sich mega gesteigert hat ja dass ein wert von 1,5 millionen auf fünf millionen ja nach oben geschnellt ist das ist ja schon mal wahnsinn ja das sind werte von reese und clemens ja da reiht er sich jetzt ein und gehört zu den in seinem in seinem jungalter ja ok clemens ist ja auch noch der jung aber er ist ja der jüngste ja er hat ja noch einen vertrag bei uns bis 2026 ja und hertha hat ja da so ein ablösesümmchen festgelegt ab acht millionen bis zehn irgendwie ich verstehe zwar nicht diese rechnung aber so habe ich das irgendwie erstmal übernommen ziemlich hoch angesetzt und jetzt wo er auf fünf millionen angestiegen ist ist das natürlich irgendwie besser zu erklären das plausibler falls er gehen sollte denn er hat signalisiert so wird geschrieben dass er nicht abgeneigt ist er hat dazu verlassen es muss jetzt gar nicht nach stuttgart sein ja sondern auch den englischen raum ist man auf ihn aufmerksam geworden ja bei west ham brighton bretford lasch ist da also da sind total viele die sich da irgendwie im vordergrund drängeln um unseren masa zu bekommen da kommt wieder dieser klassische spruch reisende soll man ja nicht aufhalten ich finde immer erst noch so jung er sollte erst mal bei hertha richtig eine volle saison performen bei ihm ja nicht möglich er war ja verletzt er hatte sich ja schon in der vorbereitung glaube ich ja da so war das verletzt und stieg erst recht spät ins geschehen ein also vielleicht mal eine saison mein freund die richtig durchkicken und da wird ja der marktwert wahrscheinlich noch höher wenn du so geil bist sage ich jetzt einfach mal und dann würde ja auch hertha gefallen tun weil hertha hat auch viel für ihn getan ja und er kann ja erst erst 18 meine nächste saison wäre irgendwie 19 also meine fresse kann er immer noch also man weiß ja nicht wie er tickt ja das ist jetzt ja nur eine vermutung weil da permanent angeklopft wird bei masa ja aber jedenfalls es macht jetzt mehr sinn auch wenn es so weit kommen sollte und uns wehtut aber die ablöse ist sehr hoch für ihn und die würde dann auch mit den fünf millionen wie er eingeschätzt wurde dann besser ja zemitiert werden also das wäre dann fixer nur mal so am rande ja dann andere spieler andere spieler was war denn da los ist denn da passiert ja weil auch nicht unwichtig ja und neben masa haben sich ja verbessert unter martin winkler ja der ist jetzt nicht auf fünf millionen hochgegangen nein der konnte sich auf zwei millionen steigern der war vorher auf 1,5 also eine halbe million mehr das ist ja schon ein gutes 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 hüppchen ja also schon mal schon mal gut dann palco hat sich glaube ich auf eine millionen erhöhen können wenn man so will von 800.000 ja also das schon mal palco und winkler auch gewinner aus der letzten saison so sehe ich das ehrlich gesagt auch ja aber winkler war zwar auch am anfang ein bisschen aber er hat doch einige tore gemacht er hat doch auch gut müllsturm bedient ja mit seinen flankenläufen und so und ja erst noch sehr instabil ja aber ich denke mal er wird nächste saison da besser werden auf jeden fall da bin ich guter dinge und palco hat mir auch gut gefallen auch seine freistöße und so also das ist alles geil da gehe ich mit konform jetzt was aber wiederum negativ ist jetzt kommen nämlich spieler ja die vielleicht auch ein abgang thema wären und da ist der marktwert immer natürlich auch nicht uninteressant und da rede ich mal über kabovnik also der denke ich wird bleiben aber der ist von dreieinhalb auf drei millionen runtergerutscht ja dann mark oliver kempf von zwei auf 1,5 millionen ja kämpfi war auch verletzt aber das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so kabovnik hat nachgelassen das stimmt schon obwohl ich ihn auch schätze bei kämpf hätte ich das eigentlich sehr stabil gefunden okay buchalages ja gehe ich voll mit der ist auch gesunken aber auch nicht so viel von 1,5 auf einen millionen ist immerhin noch eine mio und previac 1,2 runtergegangen auf 900.000 der hat aber auch nicht viel spielzeit freunde also also previac muss ich echt sagen ist einer wo es mir ein bisschen wehtut ich schätze den jungen der hat technik das ist ein team player und ja aber das ist zum beispiel einer der höchstwahrscheinlich auch gehen könnte ist auch im gespräch weil wir haben auch den schüler gekriegt previac ja würde mir aber irgendwie im herzen weiß ich nicht bisschen wehtun augustin rochel ja der hat ja gar nicht gespielt ist klar dass der gesunken ist auf 600.000 war mal 800.000 gewesen ja dann deus fuig von 800 auf 700.000 einen kleinen sprung gemacht weiß ich irgendwie auch nicht aber komisch also manchmal bin ich mit den marktwerten weiß ich nicht ja da wundere ich mich auch da gab es auch in anderen verein werte wo ich sagte komisch ja ganz komisch aber egal ja niederlechner ja okay finde ich gut also der wird eh bleiben der der beendet sie seine karriere bei hertha von 600 auf 500.000 ja und toni leistner von 500.000 auf 350 naja das spielt ein bisschen das alter die rolle ja das sind ja so faktoren die da einander ja marktwert natürlich ist klar umso jünger du bist umso agiler du bist umso fresher du bist irgendwie für alle klar geht es dann raketenmäßig hoch hat man ja auch bei nürnberg gesehen bei dem osun wo ich meinte i don't know aber wurde glaube ich auch als bester spieler der saison gekürt ja und auch der teuerste spieler der zweiten liga gewesen also da habe ich zum beispiel gesagt okay da gibt es so andere spieler ich sag nur mal so ein bisschen richtung st pauli und so ja oder düsseldorf oder was ich wo egal ja ich will jetzt hier auch nicht weiß ich nicht der querdenker sein oder irgendwie anstiften aber egal ja das sind eben so werte ja also ist klar wir sind neunter geworden und wir haben natürlich kein feuerwerk entfacht da sind jetzt nicht so viele in den vordergrund getreten und deswegen wahrscheinlich auch die werte kommen sie kommen sa so sag ich es mal ja aber da habt ihr mal so ein update wir werden ja sehen also bis jetzt ist ja noch keiner weg aber es wird kommen ja also es zieht sich auch also oftmals ist es ja so dass wirklich bis fast zum letzten tag also in der letzten woche sag ich mal das transfer fenster ist es da wird es mal ganz unruhig wenn alle ganz unruhig aber die guten transfers werden eigentlich vorher schon gemacht und dann will man sehen dass man einen abgibt oder so dass einer noch so ein last minute deal macht gibt es auch alles es wird noch sehr spannend da wird es noch eine menge videos geben sage ich mal ja aber es ist ja auch eine geile zeit ja es knistert ja das ist das was wir alles alle geil finden ja diese spekulationen und irgendwann haben wir ja auch mal hier den trainer vorgestellt bekommen mein kleiner seiten ja also gut noch mal eine ran notiz habe ich auch noch gelesen dass in argentinien meldet man sich ja augustin rochel könnte da wieder thema werden das ist 26 der junge aber der ist wirklich so auch mit der krankheit im verletzung meine ich ja gebeutelt so aber es könnte sein dass er zurückgeht ja da gibt es gespräch wieder und zu seinem verein glaube ich wo er herkam ja ist du die dante de la plata alles jetzt ein gericht habe ich eine pizza bestellen nein aber argentinien so ja und wäre ganz nice wenn man da auch noch ein bisschen was kriegt oder so wird sich zeigen ja werden wir hören ok freunde ja das war marktwert schick für euch und dann wie immer war bis zum nächsten video fresh and clean oh alter ich hau wörter raus cool und fresh das reicht ja immer ne bis denn ne tschö